Übung 4, der Liegestütz, oder in Englisch auch Push-Up. Eine Trainingsübung für den gesamten Oberkörper. Achtet dabei darauf, dass ihr eine richtig gute Körperspannung habt, das heißt auch Ohr und Knöchel immer in einer Linie sind. Achtet dabei darauf, dass die Hände ein bisschen breiter als Schulterbreit aufsetzen und die Füße in etwa Hüftbreit aufsetzen. Schaut es euch an! Als Alternative, um den Schwierigkeitsgrad etwas herunterzusetzen, kann man die Knie einfach auf dem Boden lassen. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ich die Hände aufsetze und kräftig etwas nach außen drehe, zumindest so tue, habe ich eine erhöhte Schulterstabilität und die Liegestütz werden insgesamt ein bisschen ökonomischer. Probiert es einfach mal aus! Ja, ich gebe euch einen Tipp, wenn ich die Hände aufsetzen habe. Ja, ich gebe euch ein Tipp, wenn ich die Hände aufsetzen habe. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ich diese Hände aufsetzen kann.